so so wieder bauen das ist schlau das ist schlau ach guck mal da kann doch so so mit dem könnte man theoretisch durch die gehege durchführen nee gerade so wenn man statt zumindest dass es geht doch siehst du so geht es so geht das jetzt muss das ja noch mal weg so eisenbahn wieder überall muss sich durchsträngeln und jetzt bauen wir hier erst mal eine kurve rein das ist so konzipiert dass ich dann mal irgendwann weiter bauen kann so ist der plan gerade moment mal eine kleinere kurve so wieder ein paar dinger jetzt muss ich jetzt hier mal ein stück hoch bauen ne erstmal mischbar ist erstmal ein stück nach links so netze hoch immer gerade jetzt ist aufgehängt ne doch doch es geht weiter juhu und jetzt hier wieder runter ne nicht zu weit runter nein das war zu weit runter scheiße so dann wollen wir da mal ein paar solche dinger noch hinstellen und hier noch ein und hier noch ein und da noch ein und hier noch ein und da noch ein und dann wollen wir hier noch das zweite gehege ding wieder hinbauen zack den tun wir ohr öffnen und den was so finden wir nicht öffnen oder testen da sind mehr anstrecken und geteiltes verbinden sie zuerst auch das hier hüben funktioniert wohl ne so jetzt aber moment ne moment ich muss auch ansatz züge 2 ach jetzt habe ich hier so kurze bahnhöfe gemacht dass ich bloß eh den zug reinstellen kann nein oder doch so und so hier müsste es eigentlich reichen anzule zwei worgen drei worgen sie doch schöner aus wieso passen denn keine drei worgen rein würde das jetzt so funktionieren tun wir öffnen oder so so fahren wir mit mal gucken gucken wir doch mal wie das jetzt wird hier ob es funktioniert und ob wir jetzt wirklich richtig stehen ob wir wirklich richtig stehen seht ihr wenn das licht angeht ei 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 ja was demnächst auch kommt ist let's play wie ist denn das spiel eurotrack simulator 2 kommt es demnächst auch und call of duty black ops 2 multiplayer war mal steam kostenloses wochenende vor kurzem da habe ich mal eine runde gespielt höchstworte zeit machen was 60 sekunden und fahren noch mal eine runde mit oh was ist noch oder hänge zu geforderten notabschaltung ist nicht schön hoffentlich funktioniert das jetzt mit dem tor eigentlich sollte es ja zurzeit stehen wir aber nur hm 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 ist das das ich mach nochmal grün mensch andere wollen auch noch mit fahren jetzt ja jetzt gehts weiter so ein ständiges angehalten jetzt alles anhalten weiter vorn gut weiter geht's ich weiß nicht wenn ich drei züge nehmen ob es die leute wirklich nur von ihren haltepunkt zum anderen form das macht schnell ich will doch keine mal gucken was auch nur die strauß oder trächtig na prächtig 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 habt ihr verstanden höhe so wie ich den hier vorne an hier ist nicht allzu viele und probieren es mal bevor ich jetzt hier noch weiter vor nochmal anzahl der züge 3 was hab ich denn hier gemacht tatsächlich unterbrochen so jetzt sind wir also in jedem bahnhof ein zug bei dem wir fahren wir mit bei dem wollte ich nicht ne bei dem und nicht bei dem wollte ich mitfangen genau wollte mal wieder sehen wie das so hoch geht zieh zieh mein guter zieh aber die begegnen sich sogar guck dir das mal an tut tut wird sogar noch nicht mal schneller hier runter zu so eine schöne fahrt hier richtig gemütlich gemütlich ist das ja fein ich schicke das ding hoffentlich vor die so ein paar leute mit wie sich das schon verändert hat hier war die ganze park da steht so bis korn welche an schau da kann ich nicht kaputt machen jeden fahrt eine dampflug schien alle im bahnhof einer zwei doch das pfad ist trächtig der zug ist voll fast wir hatten jetzt da hinten los fahren die auch weiter ja die die hier hinten warten 60 kunden und der hier fährt los wenn es voll ist kannst du mal irgendwann zum stau kommen ja das ist auch wurscht jetzt bin ich gespannt ob die jetzt aussteigen oder ob die weiter fahren naja sind nicht alle ausgestiegen ein paar geht weiter naja wofür ist durchgezuckelt der kürzeste streckenabschnitt dauert am längsten naja siehst du mir holen die da drüben richtig oft jetzt ja püppümm wie es aussieht müssten wir uns warten alles Bis zum nächsten Mal.